Ah, welche Sorte hast du? Ähm, Tortilla Paprika. Was heißt Tortilla? Päurig-prikant. Bräurig-prikant. Ja, bräurig-prikante Chips. Ja, okay, ich fang jetzt an. Wir, wir, wir Mustache. 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 Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu, äh, nicht Trouble in Mineville. Nein, auch nicht Smash. Nein, auch nicht Supercraft Bros. Nein, es ist, äh, mein Set. Äh, äh, zusammen mit, äh, ungespielt. Hallora. Ähm, ja, mein Set habe ich mal vor, weiß nicht, sechs Monaten eine Runde hochgeladen. Äh, da meine ich soll mehr machen und deswegen habe ich mir gedacht, wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen hier rum. Einfach so, ich habe es mal gespielt. You are too far away from spawn steht hier. Wie, wie macht man das? Slash spawn oder das Mission? Ich weiß, wir müssen hier klicken, wir müssen hier klicken. Hier, klick hier to spawn in. Ah, ah, okay. Ich habe ein Eye of Ender, ein Paper, ein Wooden Spawn und ein Water Bottom. Ich bin, ich bin in, äh, ich habe auch das gleiche, was du hast und ich bin in dem Ding jetzt gespawnt. Warte, ich, ich, ich nehme mit auf, warte, ich nehme mit auf. Das wird dann lustig. Ah, okay. Warte. Welche Koordinaten bist du? Warte, sofort. Ich, ich sollte nicht so viel spenden. Ich glaube, eine Wasserflasche ist sowas, das füllt so Trinken auf. Und trinken ist, die Zahl da unten oder so. Ich habe mich komplett vergessen einfach. Warte, so, Moment, kurz Anerkennung. Hallo und herzlich willkommen zu einer, äh, kurzen Special Runde Mindset. YOLO. Oder Mindsea. YOLO. X, 3, was, 3698. Bring es bitte um. Oder warte, ich bring mich um. Willst du dich umbringen? Ne, ich kann mich auch umbringen. Bist du der echte Cockrofter? Nein, ich bin der falsch. Jetzt war ein Premium-Server, aber nein, ich bin Faker. Ähm, ja, ich bring mich um. Hier ist so ein Berg. Okay, ich kann mich nicht gleich umbringen. Ich könnte mich ertränken doch. Ja, dann ertränk dich eben, weil das ist besser. Ja, dann ertränk ich mich. Sonst muss ich immer von Berg hochlaufen und wir runterspringen. Hochlaufen, runterspringen. Ist ja ein bisschen affig aus. Ähm, ich ertränke mich. Ich hoffe, du kommst mir irgendwie hier in die Nähe. Warte, ihr müsst jetzt epische Musik hier eingeblendet werden, wie ich einfach unter Wasser gehe. Vergisst du nachher eh. Jetzt kommt so Musik wie... Und er aufwarte sich unter Wasser. Boah, wie episch ich hier gehe. Ich bin episch. Weißt du, nachher legt er eh wieder irgendein Kacklieg drüber und dann hört sich das so an, so irgendein funniger Song dann da drüber. Ah Mist, jetzt bin ich hier wieder in der Halle gespawnt und es ist die Hälfte von meiner Welt nicht geladen. Slash-Mindset. Äh, mach einfach richtig auf das Schild, das müsste dann wieder gehen. Ich sehe das Schild ja nicht mehr, weil genau die Stelle, wo mein... Doch, ich sehe es. Ne, ist das hier mein Set? Ne. Ich drücke einfach rechts irgendwo drauf, weiß ich nicht. Genau die Stelle, wo mein Set ist, die sehe ich nicht mehr. Ich versuche jetzt... Doch, ich sehe es wieder, so. EU1 Public. Und jetzt, äh... Disconnected. Please wait 4 seconds before logging into Andersus Server. Dein Spielmodus war verändert. Okay, jetzt. Ich bin ganz oben auf so einem Berg. Ich glaube, ich spring jetzt runter und bringe dich um. Dann spawnen wir einfach bald neu. Was? Nein, vielleicht... Warte kurz, vielleicht... Ich bin schon tot. Nein, jetzt sag nicht, du bist runtergesprungen. Doch, Leute, etc. Disconnected. Fuck. Oh man, warte, ich join wieder. Ja, ist ja egal, ist ja eh nur so. Special chillen. Aber hä, das geht voll schnell. Ich bin jetzt direkt wieder drauf. Okay, sollen wir eine neue Begrüßung machen oder sollen wir einfach durchlaufen lassen? Ich mache das direkt durch so. Ich mache das hier ganz spontan. Okay. Okay, Leute. Machen wir einfach direkt ganz spontan hier. Ja, wo bist du denn? Das ist ja nur so ein Special. Ich bin gerade bei logging in. Ah, okay. Das ist Koordinate. Ich habe übrigens Tortilla Chips. Ich habe übrigens Ungarisch. Sehr lecker. Oha. Die habe ich von Abonnenten geschickt bekommen. Die sind nämlich vegane Tortilla Chips Bio. Du hast die von Abonnenten bekommen. Ich bekomme alles an Essen von Abonnenten. Alles, was hinter meiner Wand, was ihr hier hinter meiner Wand seht, ist alles... Du hast ein Postfach? Ich habe ein Postfach, genau. Jetzt komm auf EU1 da. Ja, da bin ich. Dann sende ich immer eine Kofferbombe oder so. Mach das. Oh, ein Geschenk von Godcrafter. Warte, das mache ich mal offen. Da bist du ja. Ja. Okay, wir spawnen jetzt wieder. Ich glaube, wir müssten gleichzeitig... Oder wir drücken in einem Abstand von drei Sekunden. Drück mal. Okay. Und ich bin respawned. Ich bin schon wieder mehr. Ich bin schon wieder mehr. Ich bin auch mehr. Man spawned immer mehr. So, sag mal deine Dings. Diesmal sind meine Koordinaten. Minus 740. Oh, fuck. Ihr seid nicht, du bist wieder plus 1000. Das sind zwei Leute. Ich bin genau plus 1000. Okay, warte, dann bleib einfach da. Ich renne jetzt in die Leute rein. Oh, was die so machen. Ne, wir rennen einfach aufeinander zu. Oh, die töten mich. Ich bin aber lieb. Ich boxe mich mit der Faust kaputt. Yay. Was wollt ihr? Okay, ich bin wieder tot. Ich komme wieder rein. Ja, das macht richtig Spaß. Deswegen habe ich meinen, sie auch damals nicht so viel aufgenommen. Weil, keine Ahnung. Die ganzen Leute, du kannst dich mit keinem wirklich verbünden. Das ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Verständnis sind zwei Leute, die machen Team. Ich will einfach mal mein Simai ausprobieren und vielleicht ist es... Oh, nein. Das ist Connected from the Server. Ach, Mensch, ungespielt. Du bist einfach zu... Ich bin wieder drauf. Ich bin wieder drauf. Simon ist einfach ein richtiger Kack-Noob. Egal, sei es in Smash, sei es in irgendwas anderem. Boah, ich habe so ein richtiges besoffenen Modus drin. Bei mir wackelt halt. Ja, es ist real life, Simon. In real life. Ich habe ein beschriebenes Buch, da steht nichts drin. Was solltet ihr mir das sagen? Ich habe keine Ahnung. Okay, bist du jetzt nochmal... Spawn, ich gehe jetzt zu meinem Spoiler. Ich gehe wieder rein. Jetzt ein richtig schneller Zombie läuft ja gerade auf mich zu. Mein Zorn, Spawn, klick hier zu Spawn in. Ach ja, man darf ja nicht so schnell laufen, weil dann die Zombies hören. Okay, also wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt minus 155. Ich bin fast da, wo ich eben war. Das sind wieder, glaube ich, die Leute, die mich getötet haben. Minus 155, ja, das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Okay, ich bin minus... Ich bin bei plus 800. Und was ist Z? Da sind Typen, aber ich will die nicht finden. Also minus 160 plus Z ist 420. Ja, Z sind wir fast gleich. Z bin ich 500. Dann renne ich jetzt... Ich renne in plus. Dann renn du bei X in den plus Bereich rein. Wir rennen... Und bleib bei Z auf einer Linie. Hier ist ein Dorf. Hier ist ein Dorf. So, wir sind ein Dorf hier treffen. Ich gehe mal... 42, ja, gehen das Dorf rein. Ja, das Dorf rein. Aber ich weiß nicht, ob ich so lange noch aushalte. Hast du noch Trinken für mich oder so? Ist das hier eine Wasserflasche? Ja, habe ich. Ich gehe mal, keine Ahnung. Okay, gehen wir mal ins Dorf rein. Ich meine das nicht. Ich glaube, es war ja auch damals so, dass man immer irgendwo sehen konnte, ob man jetzt relativ... Oh, ja, ich bewege mich sehr laut fort. Da waren ziemlich viele Zombies hinter mir. Da sind Menschen im Dorf. Ich hoffe, die töten mich nicht. Nein, ich kann gerade nicht. Ich nehme gerade auf. Bist du, es töten mich nicht? Bin ich hier sicher? Ich nehme gerade auf. Was ist? Facharbeit bin ich fertig. Die muss nur noch ausdrucken. Ja, die liegt hier von gestern. Ja. Ja, mach ich. Ja. Ja, mach dir keine Sorgen. Ich habe die Facharbeit. Ich muss sie außerdem erst immer morgen abgeben. Hä? Wieso wartet ihr auf die Facharbeit? Ich gebe die euch morgen zum Korrigieren. Wieso ist das spät? Nee, das ist überhaupt nicht spät. Hey, der ist... Da kommt die ja einfach rein. Ohne irgendwie jegliche Form von Respekt zu zeigen. Gut. Wo bist du? Simon? Hallo? Simon? Ja, ich bin hier. Ich bin in der Stadt. Dauers mal, Simon. Ich bin in der Stadt. Ja, warte. Ich glaube, da sind irgendwie so ein Bergkopf. Die Leute greifen mich nicht an. Ich bin mit ganz vielen Leuten zusammen in der Stadt. Okay, sag mal genau die Koordinaten von der Stadt, bitte. Also die Koordinaten von der Stadt sind... Minus 100, also minus 94, plus 500. Also minus 100 plus 500. Minus 100 plus 100. Ja, und hier ist eine Stadt. Und da sind ganz viele Menschen, die tun es nicht. Ach, ein Paper ist... Hä? Was? Nochmal bitte die Werte. Oh, hier sind Zombies. Nochmal bitte die Werte. Äh, was? 100 und minus 100. Minus 500 plus 100. Ne, warte. Habe ich das gesagt? Warte mal. Nein. Minus 100 plus 500. Minus 100 plus 500. Okay, dann laufe ich jetzt gerade wieder richtig. Ich weiß aber nicht, wann ich da bin, weil ich habe überhaupt kein Essen oder so. Schüttelabend, Zombie. So ein kleines... Kleines... Gebäude. Ich habe gerade Kakaobohnen gefunden. Cool. Minus 100 plus 100. Ja, minus 100 plus 100. Ne, minus 100 plus 500. Ach, plus 500. Ach. Na egal, ich bin auf dem Weg. Bei plus 500 bin ich fast. Ich habe noch ein Schwert gefunden. Und noch mal Kakaobohnen. So, plus 500 bin ich... Da ist einer, der heißt Cookie. Äh, Pepitis. Der sieht aus wie Felix Hardy. Jetzt. So, jetzt muss ich noch 100 Blöcke in diese Richtung da laufen. Ich sehe einen Weg. Geht ihr einen Weg in die Stadt? Ja, einen Weg in die Stadt, ja. Ich bin der Kirche. Das ist mir gut. Hier schützt mich Gott vor der bösen Macht. Ah, ich sehe das Dorf. Ich sehe das Dorf. Das fängt bei mir da schon langsam an. Geil. Kornkrafter. Oh, das ist schön. So mit F1. Ah, ne, da ist der Himmel bei mir. Das ist komisch. Ach, schön. Hier boxen sich die ganze Zeit Leute. Schön. Ich bin auf dem Friedhof. Graveyard. Bei mir ist hier doch keine Stadt. Plus 100. Minus... Äh, nein. Was habe ich gesagt? Minus 100. Ja, da ist eine Stadt. Minus 100. Ja, okay. Ja, ich sehe es. Siehst du die Stadt? Ja, da ist so ein Dorf. Ich dachte plus 100 und da wäre so ein kleines Hütchen. Aber ich sehe schon die Stadt. Wo bist du denn? Ich bin da beim Eingang. Nein! Am besten. Da sind Zombies. Ich habe gedacht, mich will jemand töten, aber dann kam ein Zombie auf mich zu. Da sind Zombies. Da ist eine Kiste, sehe ich. Aber da komme ich nicht drauf. Hilfe! Was ist? Ich werde von Zombies geschlagen. Ich werde sterben. Lauf einfach. Lauf, 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 lauf. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Oh Gott. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Mann, ich will hier rein und mir die Kiste schnappen. Da ist eine Kiste. Ich brauche doch Sachen. I want to survive, please. Simon, da bist du, da bist du, da bist du heilt. Thanks. Mich hat jemand geheilt. Mich hat jemand mit, hier, bandaged your wounds with healing. Mir hat jemand meine Wunden verbunden. Cool, ich habe aber nur noch eine halbe Selbstfindung von diesen Keulen und bin gleich auch tot. Please heal Con-Crafter. Nein, nicht heal. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, brauchen Sie es nicht sagen. Okay. Ah, da ist der Con-Crafter. Wir haben uns gefunden nach ungefähr 10 Minuten. Just need some food. Dafür esse ich mir erstmal jetzt eine Belohnung, einen Chip. Ich habe so ein Ende auch. Was bringt das? Oh, der gibt uns Essen. Gib mir bitte. Oh, yo. Ey, die sind cool. Kennen die uns? Ne, die kennen uns nicht. Das sind alles, ähm, Engländer oder so. That's most of us dead. Ach so, fast alle von denen sind tot. Deswegen können wir die sich um uns. Könnten die uns doch einfach killen. Das wäre aber richtig asozial. Das sind Zombies. Konnen die nicht sterben? Ne, ne, ich schaffe das schon. Sollen wir sagen, wenn wir ab jetzt sterben, ist die Aufnahme vorbei? Yo. Okay, dann müssen wir jetzt versuchen zu überleben uns. Wir machen so lange, bis wir sterben, okay? Ja. Okay. Ich versuche erstmal so ein paar Sachen zu holen. Hier ist aber alles schon leer. Das ist irgendwie doof. Ungespielt food. I don't have food. I need food. I don't have food. I need food. Spast. Potion of healing habe ich jetzt. Das ist gut. Aber ich kann nicht lange aufnehmen. Ich kann höchstens noch 20 Minuten. Okay, dann müssen wir gleich in die Stach ziehen. I can't drink for some reason. Ich muss mir mein Wasser auffüllen hier am Meer. Hier habe ich noch zwei Schwerter drin gefunden. You stand it. You stand it still to me. You stand it. Sword. Just have. Wooden. Schwert. Hey, der kann Deutsch. Sieh mal, der hat geschrieben Schwert. Schwert. What does this mean? Du sollst wirklich kein Deutsch verstehen, okay? Oh mein Gott, die kenne ich doch. Ungespielt ist so ein deutscher Name. Ja, aber okay, stimmt. Du hast recht. Das kenne ich doch bestimmt. Da ist ein Zombie. Auf dem Friedhof sind die Zombies los. Ja, ich weiß. Ich muss erst mal ein Stückchen essen. Oh nein. Conny, ich bin jetzt glaube ich schon fast am Ende. Mein Lebens, helf mir, bitte helf mir. Ja, lauf, 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 lauf. Ich helf dir. Ich habe kein Schwert mehr. Ich habe kein Schwert mehr. Ich habe kein Schwert mehr. Ich verstehe. Komm, ich kann dir eins geben. Simon, wo bist du? Hier. Simon, da. Ich habe dir da ein Schwert geworfen hinter dir. Neben dir. Hö, hö. Da. Oh, ich verstehe das ganze Spielprinzip nicht. Ich brauche was zu essen. Kann ich das verhorchste Fleisch essen? Wir müssen halt überleben, ja. Und es kommen halt immer mehr Zombies. Das ist halt so das Spielprinzip. Aber was ist der Sinn des Spiels? Was müssen wir erreichen? Was ist unser Ziel? Überleben. Das ist schon wieder ein Zombie. Und halt die meisten Sachen holen. Und nachher auch noch Gegenspieler töten. Und sich halt so ein Team aufbauen. Es ist halt so, als wenn wirklich eine Zombie-Welle wäre. Es ist halt angelehnt an das Spiel DayZ. Und was ist das Ziel von DayZ? Ja, einfach überleben. Du bist halt in einer riesigen Welt. Als wäre es wirklich. Und das ist so real. Warte, ich gebe dir mal so ein Potional Feeling. Oh, da ist ein Zombie. Ist eine Eisenstoffe besser als ein Holzschwert? Äh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ne. Das tut mir leid. Hier ist Apple. Ich brauche noch ein Essen. Dann kann ich mich wieder heilen. Sonst sterbe ich nämlich jetzt. Ich glaube, die haben sich ja alle Sachen gelagert. Und wir nehmen das jetzt alles so. Nein. Bitte einfach. Die Kisten verschwinden, sobald du die nimmst. Egal, wir kennen die Leute eh nicht. Nein, die Kisten sind für uns. Doch. Sind auch für die anderen. Da ist ein Zombie im Brunnen. Da ist noch eine Kiste. Wir müssen den Zombie von ihm befreien. Die haben uns so viel getan. Also so viel geholfen. Au. Sorry. Ja, ich sterbe jetzt. Oh, no problem. Der hat einen coolen Skin, der Typ. Engländer, die sind immer ganz chillig drauf. Ja, ne? Ja. Die Deutschen würden immer so richtig ausrasten. So, I know you. From Ghost. Sing mal. From Ghost? From Ghost? Sing mal hier, wie heißt das Lied, was du da gemacht hast? Schrei das mal. Vielleicht kenn ich dich. Was ist denn Ghost? Ghostcraft. MS Creeper. MS Creeper? MS Creeper? What the fuck? Da ist eine Zombiewelle. Wo ist die Zombiewelle? Let's go out of the city together. Together. Oh, das sind so viele Zombies. So, Colin Craft, da laufen die weg. Die laufen weg, die werden sterben. Oder überleben die das? Nein, nein, nein. Wir schützen die jetzt, Alter. Die haben uns auch geholfen. Ich glaube, die sind schon verloren. Der eine ist tot. Der eine hat den anderen mit dem Schwert ermordet. Alter, der eine schlägt mich gerade. Was will der? Wieso schlägt der mich? Der hat den anderen auch ermordet. Jetzt sag ich, du bist tot. Nein, der schlägt mich, aber ich laufe gerade weg. Nein, ich werde dich schützen. Ich werde dich schützen. Lauf weg, Conny. Was soll das? Was soll das? Alle gehen auf den drauf. Ja, er ist tot. Er ist tot. Das sind aber noch Zombies. Ich brauche ein Schwert. Er ist tot. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich brauche ein Schwert. Nein. Ich brauche ein Schwert, ich brauche ein Schwert. Simon, Simon. Need. Heal. Help. Ich habe dir doch so eine Heal Potion gegeben. Ich habe schon alles leer getrunken. Oh, thank you. Mich hat jemand mit Verbänden gehalten. Ey, diesen Typ, der dich angegriffen hat, ne? Den habe ich mit einem Steak geknüppelt. Ich habe den mit einem Steak weggekommen. Ich bin tot. Nein. Du hast lame, weil du bei Hackstore, Zombie. Nein. Okay, weißt du was? Dann haue ich es einfach um mich wie so ein Beklopter. Ich bin auch tot. Okay. Leute, das war ein kleiner Einblick. Ein wirklicher Einblick. Mein Set. Sehr kompliziert. Sehr komisch. Könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Schreibt einfach mal, was wir falsch gemacht haben. Dann könnt ihr nämlich so ein richtig kleines Kommentar schreiben, weil wir alles falsch gemacht haben. Wenn ihr schreibt, was wir richtig gemacht haben, dann könnt ihr überhaupt keine Kommentare schreiben. Ne, schreibt mal, wie es euch gefällt, mein Set. IP steht immer in der Beschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine positive Bewertung erlassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn das überhaupt noch mal irgendwann kommt. Ich weiß es ja nicht. Ich finde es sehr, sehr mysteriös, das Spiel. Ich verstehe es einfach nicht, aber schreibt mir einfach mal. Ich verstehe es auch nicht. Na gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.